Hallo zu einer neuen Aufnahme von Seagate Order 2 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, hier geht's... Hä? Auf der anderen Seite, bei der Eisbrücke. Kann ich hier noch irgendwas klicken, außer dass ich's... Okay, ich brauche einen Tipp. Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Ja, da war ich doch. Mit bloß den Händen... Oh, leck mich doch. Ich hab jetzt selber drauf kommen können. Eiszapfen. Den Eiszapfen. Ah, warte mal. Muss ich den jetzt mit Teer machen, oder muss ich... Nein, das bin ich falsch. Äh... Kammer des Königs war das, oder? Nein. Nee, das geht nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Äh, Feuertor. Kann ich den hier anzünden? Auch nicht? Äh... Äh... Kombinieren... Hä? Die wollen mich doch verarschen, oder? Geht nicht. Kombinieren kann ich das auch. Hä? Was soll ich jetzt mit dem Eiszapfen machen? Feuerbrücke. Kann ich das jetzt hier... Kann ich nicht reinstecken? Ich brauche etwas wie eine Fackel. Das hab ich doch vorhin schon probiert. Was soll denn die Scheiße? Jetzt muss ich zum Teer. Ja, ja. Weil es geht wahrscheinlich erst, wie ich den Eiszapfen abgebrochen habe. Eher war das... Obso, vielleicht soll ich es vielleicht wieder rausnehmen. Eher war das nicht möglich. Dann gehen wir zum Feuer. Ach, na... Doch, Feuertor war richtig Scheiße. So. Und jetzt gehen wir zum Eisentor. Hä? Ja, meine ich doch zum Eisentor. Schmelzen! Äh... Was? Das geht nicht. Wie? Er muss die Macht... Hä? Müssen wir mich jetzt verarschen? Die Farge alleine kann das Eis nicht schmelzen. Ich muss ihre Kraft verstärken. Hä? Ach, Verstärkungspulver. So ein Scheiß. Geh mir in den Turm rein. So, kurzer Schub getrunken. Ich weiß, das hört man. Ich muss ihn unschädlich machen. Ah. Eiszapfen? Okay, das geht auch nicht. Was habe ich hier noch? Ähm... Ja. Ähm... Oh, das geht. Das hat sich hier etwas unschädlich gemacht. Sehr schön. Das war eigentlich... Das war eigentlich mehr... Ach du Scheiße. Hilfe. Ziehe die blauen Spielmarken in die äußeren Ring, sodass ihre Symbole an den Rand gleichen und zieht dann die weißen Spielmarken in den mittleren Ring. Wenn du eine Spielmarke auswärts, die neben dir bewegt sich dir auch mal ein Stück hin. Äh, ja. Klar, kein Problem. Easy. Wie gut, dass ich blind bin. Das ist der hier. Also müsste ich jetzt erstmal den hier, den hier, den hier, den hier, den hier, den hier. Den hier, den hier, den hier. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Doch, den hier, den hier. So. Ist das der richtige? Sieht so aus. So. Jetzt machen wir das so. Da brauchen wir jetzt den hier, schätzungsweise. Der wird jetzt ein bisschen komplizierter, da hinzubekommen sein, schätze ich mal. Scheiße. Ich muss erst die unteren machen. Hier. Ah, scheiße, das geht nicht. Man muss erst da unten anfangen, weil sonst... Ah, da, 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 da. Das müsste der hier sein. Das ist doch scheiße. Ist heute eine Skin? Nein. Hm. Nein. Hm. Gott. Ähm, ja. Die zwei muss ich jetzt austauschen, aber das geht nicht. Weil das darum nicht passt. Ach, das ist doch scheiße. Und die sind ja nicht alle miteinander verbunden. Der hier fehlt da, oder? So. Scheiße. Da müsste ich jetzt erst so ein Ding wieder dazwischen... Ach, leck mich am Arsch. Das muss ich zum Schluss hier machen. Die zwei kann man einfach austauschen. So. Die zwei muss ich austauschen. Der muss da hin. Der muss da drüber. Nein, der hier muss da drüber. Scheiße. Hm. Nicht so einfach. Nee. 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 Das bringt... Das bringt... Ach, warte mal, doch. Nee, bringt gar nichts. Hm. Das ist doch bei der bloß Verschieberei. Das bringt auch nichts. Was ist der hier, ne? Hm. Was ist das scheiße hier kommt? Ja, falsch. ARK! Das ist doch bei der selben Scha... Beim selben Problem. Der muss da her, der muss da hoch. Ich gehe den nicht einmal da rüber. Wie soll ich den denn da rüber kriegen? Was ist das? Was ist das? Wie ist das, Maria? Das kann doch gar nicht sein. Hm, der vielleicht erst noch ein bisschen mehr Kaffee trinken soll. Die sind da schon... Ja, aber es geht ja gar nicht anders. Ich muss die da wieder weg tun, weil sonst schaffe ich das nicht. So. So, jetzt habe ich das selbe Problem, bloß anders. Das ist doch scheiße. Hm. Wie soll ich den Dreck da rein kriegen? Ah, der fährt, der ist der, der sind eigentlich nur die zwei. Nur noch. Ah. 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 Hmph. Super. So. Jetzt muss der da rüber und der muss dann noch da hin irgendwie. Aber wie soll ich das schaffen? So vielleicht. Boah ist das ein Scheißding gewesen jetzt.